Die Finanzwelt arbeitet global, Konzerne denken international, produzieren rund um die Uhr, von der Gasolm bis Kuala Lumpur. Eine Fusion wird oben schon ins Auge gefasst, pass auf, dass du dann in das Raster passt, denn allzu schnell wirst du nun freigestellt, dem Rutschtift setzt dein Job zum Opferfeld, ein Übernahmeangebot für die Tschechei, sei doch mobil, flexibel, was ist schon dabei? Nach Spanien zog von Anna de Brite, globalisiert nun deine Ehe praktisch mit, und willst du Kinder haben, bitte sehr, treff dich mit deiner Frau am Mittelmeer, ins Internat steckst du später dann das Kind, wo schon die anderen Kinder eurer Firmen sind. Geschluckt, vertraut und schließlich ausgespuckt, was klein ist, wird vom Großen aufgeschluckt, Konzerne fressen international, der Mensch zu klein, man sieht nichts global, und ob der DAX steigt oder der Nikkei, Arbeitsplätze stören nur dabei, wenn es bei der Börse aufwärts geht, dein Arbeitsplatz dem Spekulant im Wege steht.